Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Heute geht's weiter in Genghis Khans Kampagne mit der zweiten Mission Ein Leben für die Rache. Letztes Mal war ja die Mission sehr easy, sehr kurz, aber ich hab das Gefühl, dass es nicht so weitergehen wird. Ähm, ja, ich würd sagen, wir schauen uns einfach mal an. Ich hab, gerade nach der letzten Mission, weil ich jetzt nicht mehr so wirklich das Harte gewohnt bin, so ein bisschen das Gefühl, dass wir heute überrannt werden. Aber wir schauen uns das an in Mission 2. Der Winter hat die Steppe erreicht. Die Erde ist hart wie Stein. Und nur der Atem der Männer und Pferde dampft in der Kälte. Doch uns wärmt das Versprechen auf eine nahende Schlacht. Genghis Khans Kampagne mit der Mongolei folgen nun Genghis Khans. Doch Erfolg bringt auch Feinde mit sich. Ein Mann namens Kutschluk erhebt Anspruch auf Genghis Titel. Kutschluk sät Zwietracht unter den Karakitai und will sich selbst zum Khan ernennen lassen. Genghis kann dieses Vergehen nicht unbestraft lassen. Er muss ein Exempel statuieren. Also reiten wir Gen Westen, um Kutschluk zu töten. Wenn die Karakitai ihm Obdach gewähren, so haben auch sie ihr Leben verwirkt. Alles klar, das scheint sehr straightforward zu sein. Wir müssen den Typen töten und die auslöschen. Ich hoffe mal, dass es tatsächlich so einfach unter Anführungszeichen wird, wie ich denke. Töten Sie den Verräter Kutschluk. So hat der den genannt. Ich würde Kuchluk sagen, aber ich glaube, der heißt schon Kutschluk, wie er gesagt hat. Schützen Sie das Zelt von Genghis Khan, Weltwunder, vor der Zerstörung. Halt, Moment, ich habe die Hinweise nicht gelesen. Genghis Khan ist auf die Ritterzeit beschränkt. Okay, das heißt, wir können wahrscheinlich nicht aufsteigen. Ist aber eh gut, oder? Ne, wir sind dunkle Zeit. Hmm, okay. Äh, 125 Bevölkerungslimit. Das ist schon recht viel. Die Karakitai werden wahrscheinlich früh die Initiative ergreifen und zum Angriff übergehen. Da sie keine Kenntnisse über Belagerungswaffen haben, dürfen Türme eine effektive Verteidigung darstellen. Also so schnell es geht, eine Mauer und ein paar Türme dahinter. Die Mongolen wissen noch nicht, wie man Waffenschmieden errichtet. Okay. Um die Taiji gut davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, müssen sie alle ihre Soldaten töten. Okay. Ihre Speer berichten. Genghis Khans Krieger haben im Osten eine Armee aufgestellt, um das Palastzelt des großen Khans gegen die ruchlosen Karakitai zu verteidigen. Okay. Ihre Armee besteht anfangs aus leichter Kavallerie, berittenen Bogenschützen und Kameleinheiten. Im Norden liegt eine kleine Siedlung der Taiji gut. Ihre schwache Verteidigung aus berittenen Bogenschützen kann einem frühen Angriff nichts entgegensetzen. Das heißt, wir sollten direkt zu Beginn hoch alle töten und dann ihre Wirtschaftskraft nutzen, um uns selbst zu schützen. Die Karakitai kontrollieren das Zentrum der Karte mit einem großen Lager und vielen Soldaten. In der Schlacht verlassen sie sich auf Bogenschützen, leichte Kavallerie, Schwertkämpfer, Plänkler und berittene Bogenschützen. Die rebellischen Naimanen werden von Kutschluk angeführt, der im Augenblick das Lager der Karakitai besucht. Die naimanische Horde besteht vor allem aus berittenen Bogenschützen, leichter Kavallerie und Schwertkämpfern, aber Kutschluk wird auch Mangudai in die Schlacht schicken, wenn es ihm gelingt, eine Burg zu errichten. Okay, das heißt... Ich habe ein Dorf, der Taiji gut im Norden gesichtet. Vielleicht können wir die Einwohner überzeugen, uns zu folgen. Ja, wir haben eh keine, keine Ding, keine Dings. Hier keine, ja, Möglichkeiten irgendwie großartig was zu machen. Moment, wir müssen ein bisschen weg, damit das Dorfzentrum uns nicht angreift. Bitte tut uns nichts. Wir können euch an eurer Blutfede beistehen. Ja? Ja? Was ist das? Kaserne, das ist gut. Äh, widerstandsfähiger. Hm. Was? Nein. Ähm, Mühle. Mühle, sehr gut. Wobei, Orte Mühle ist nicht so gut. Orte Mühle wäre besser... Oh ja, das Lager ist ja sehr gut platziert gewesen. Ich trottel. Ah, okay, hier sind Steine, das ist gut. Timo, Orte Mühle, Orte Mühle, Orte Mühle, Orte Mühle, Orte Mühle, Orte Mühle, Orte Mühle. Der Start war jetzt übrigens nicht so super, weil ich nicht ganz gewusst habe. Ja, gib mir mal ein bisschen mehr. Komm, gib mir ein bisschen mehr. Okay, also wir müssen vor allen Dingen das hier irgendwie gleichzeitig mit dem hier einigermaßen verteidigen. Hm, ich würde sagen, ich nehme mal so einen Speer. Oh, shit. Oh, shit. Ich nehme mal hier einen Typen. Und schicke den mal so ein bisschen die Gegend auskundschaften. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo in der Nähe Gold oder was. Ah, du reparierst das mal kurz. Mach noch einen Dorfbewohner. So, jetzt haben wir einigermaßen gut erst mal Holz. Das heißt, jetzt können wir auf Nahrung umwechseln. Ah, nicht genug Nahrung, scheiße. Warum ist hier nur drei Leute Nahrung? Soll noch fünf, vier sein, oder? Achso, das Feld wird erst gebaut. Jetzt ist vier, okay. Okay. Ihr beide macht hier kurz den platt. An-Ching. 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 Sehr gut. Schauen wir, dass wir möglichst viel bekommen. Bild im Bein. Ja, hier. An-Ching. Okay, Miliz-Soldat. Wir haben kein Gold übrigens. Achso, hier ist Gold. Okay. Wir brauchen jetzt erstmal ein paar Dorfbewohner und dann müssen wir Gold sammeln. So, die nächsten Dorfbewohner schauen wir schon, dass wir Gold hinkriegen, damit wir uns ein bisschen verteidigen können. Achso, die sind ja immer standardmäßig auf aggressiv eingestellt. Ich habe vergessen. Aber wir brauchen trotzdem mehr Nahrung erstmal. So, sobald er jetzt hier fertig ist. Okay, wir werden hier eine Mauer bauen. Und hier ein, zwei Türme. Wir müssen nur auch einigermaßen bald aufsteigen, also. Hm. Aktuell bin ich noch nicht optimistisch. Die nächsten ein, zwei, wir brauchen mal neun Dorfbewohner die Nahrung sammeln, sonst wird das hier nix. Einer noch. Macht sie widerstandsfähiger, macht nämlich mal. Wir speichern ganz kurz. Okay, also das wird definitiv eine deutlich andere Mission als die letzte zumindest. Ich weiß noch nicht, ob sie schwerer sein wird, aber sie wird auf jeden Fall... Dann am Ende wieder hier hin. Okay, also Gold haben wir zumindest einiges. Timo. Achso, nein, stimmt. Wir brauchen ja noch mehr. Du gehst dahin und sobald du den fertig hast... Ja, ja. Okay, wir werden schon mal ein paar Einheiten ausbilden. Aus Sicherheitsgründen. Ja, hallo. Achso. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gerade nichts ausgewählt gehabt. Okay, also das hier ist so ein bisschen Labyrinth. Ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt durch können. Ich glaube schon. Aber ich glaube, wenn wir hier ein bisschen Wall und Turm hinbauen und dann nochmal hier, sollte das eigentlich ganz gut sein. So, und das nächste ist, wir können in die Feudalzeit aufschreiten. Das ist natürlich sehr gut. Wie viel haben wir jetzt? 13, okay. Bisschen was würde ich gern noch. Okay. Feld. Ich bin bei dir durch schon. Ich bin bei ein. Sobald du da bist, auch nochmal ein Feld. Beziehungsweise als nächstes wirst du uns hier die Mauer errichten. Ich bin bei dir durch schon. Dann nehmen wir noch einen Dorfbewohner. Dann haben wir neun, die sich um Nahrung kümmern. 4, 4, 3. Das sollte fürs Erste genügen. Das sind 20 Dorfbewohner. Wobei, vielleicht noch ein oder zwei mehr. 22 wären vielleicht echt nicht so dumm. Ich hoffe, ich habe jetzt inständig die Möglichkeit da einigermaßen. Ich meine, das hat 4.300. Also ich schätze mal, die werden jetzt nicht so wahnsinnig schnell da angreifen. Und sobald wir mal ne Mauer drumrum ziehen und in dieser Mauer, also ne größere Mauer drumrum ziehen und in dieser Mauer sind 5 Türme, mache ich mir darum keine Sorgen mehr. Aber das wird definitiv noch ein bisschen dauern. Schubkarre bewegen sich schneller und tragen mehr Rohstoffe. Das ist gut. Dann hier die Sachen machen wir auch. Natürlich. Gut. Wer greift an? Das könnte ein Ablenkungsmanöver sein. Deswegen gehe ich mal nicht mit voller Force rein. Wir werden das große Zelt zerstören. Genghis Khan kann auf dem Boden bei den Kamilen schlafen. Bippinbar. Mottschung. Timo. Merdoktschung. Okay, wir bräuchten relativ schnellen Kloster. Nur das kriegen wir erst ab der nächsten Zeit. Beschießt sie aber. Das ist eigentlich sehr gut. Okay, du wirst mal steig. Wir werden mal ein bisschen Stein bauen. Schuppenpanzer. Haben mehr Angriffsstärke. Sie zu Schwertkämpfern ausbilden. Was brauchen wir für die nächsten zwei Gebäude? Stall wären wir eh. Stall wären wir eh gleich bauen. Zwei Dorfbewohner noch mehr. Dann haben wir 25. Die schicken wir auf... Beide auf Gold. Stein ist halt aktuell so ein bisschen rar. Gold. Achso, nee, Gold habe ich ja gesagt. Gold, Gold und der dritte. Dann einen machen wir noch. Achso, okay, ja gut. Gold. Gold. Nein, Nahrung. Und du baust jetzt. Erstmal einen Stall. Können wir dann schon... Nee, 800 Nahrung. Wenn wir das holen und noch mal... Hm. Mal ein bisschen Holz. Timo. Okay. Ja, Holz haben wir gerade so ein bisschen. Den eng passenden kleinen. Achso, jetzt habe ich dessen Router abgebrochen. Scheiße. Oh, hier ist Stein. Hier ist Stein. Das ist gut. Das heißt, ein paar von den... Goldtypen. Nicht alle. Nee, oder nicht vier. Sondern so... Zwei. Die bauen Bergarbeiterlager, sobald eins möglich ist. Sicher. Komm. Komm, baut mal ein bisschen Holz. Ja, ja, das mache ich dann schon. Die kosten aktuell... Ach. Ich weiß nicht, ob ich nicht zuerst lieber Ding machen sollte. Die kosten... Ach, die kosten aber auch ein bisschen Holz. Der ist schon wieder schwul. Okay, so viel Gold brauchen wir aktuell nicht, aber Holz eher. Ich will ins nächste Zeitalter, damit ich da vernünftig aufsteigen kann. Okay, ich werde mal ganz kurz hier das Autoding ausschalten. Die nochmal kurz abdroppen lassen. Scheiße. Oh, shit. Können wir aufsteigen? Wir können aufsteigen. Wirkeufe des Autos. Gut ищende. Weil sie dachatten. Pence. okay wir brauchen dann dringend einen priester weil hier mal sowas zu das habe ich nicht jetzt habe ich nicht gezogen scheiße du baust hier ein lager bergarbeiterlager jetzt gebe ich hier mal wieder auf automatisch okay wir brauchen ein bisschen mehr holz oder wir brauchen hier einfach das schneller holz hier gibt eine einheiten haben mehr lp harita wobei du baust doch wieder hier ein feld wir haben ein bisschen zu viel gold und ein bisschen zu wenig nahrung so und du baust uns idealerweise vorher noch ein kloster wir haben nicht genug holz für ein kloster also müssen wir noch ein zwei einheit das wäre alles es wird alles sehr schwierig ich werde an dieser stelle noch mal speichern aber es wird definitiv keine einfache mission muss erstmal schluck trinken weil das hier könnte echt schwierig werden holz und noch einer und du baust uns jetzt mal was und vor allen dingen ein kloster kloster und wir können sogar eine burg bauen okay das werde ich wirklich noch einen ausbilden und sobald du mit dem kloster fertig bist sobald du mit dem kloster fertig ist werde ich hier eine burg errichten gut und du wirst hier weiterhin errichten sowas hier und bevor hier noch was ist noch mal bitte einmal diesen hier und ihr werdet kurz hier noch sowas hinzimmern ich weiß halt nicht wie was nein okay aktuell läuft es glaube ich einigermaßen wir werden noch ein paar bitte ausbilden und natürlich den mönch den habe ich jetzt ganz vergessen wo ist denn der hier mönch auf jeden fall infanterie bewegt sich schneller das nehmen wir auch noch mal mit infanterie bekommt panzerung ne infanterie und ding bekam mehr angriff die sind zur ritterzeit vorrang geschritten ok mein plan ist dass die sich hier in der auf jeden Fall die er an und wo es noch dazu käme Du gehst jetzt erstmal hier hin. Du kannst ja derweil hier noch so ein Ding bauen. Je mehr, desto besser. Nein, 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 nein. Oh, shit, nein, die werden angegriffen. Und zweiten Priester, dass sie sich gegenseitig heilen können. Ja, das muss halt dann auch vollständig sein, sonst bringt das ja alles nichts. Die hier muss dann bis hier hinten gehen. Kann ich eigentlich? Ja, ich kann dir quasi sagen, dass sie das alles, wie in Age of Empires 3, alles hintereinander machen soll. Okay, Mo. Und dann wirst du hier... So machen. Was? Sehr gut, jetzt haben wir einen Dorfbewohner bekommen. Geil. Sehr schön, jetzt haben wir einen Dorfbewohner for free. Du begibst dich mal hier in die Nähe, damit der Mönch dich heilen kann. Und du wirst hier die Mauer weiterspinnen. Sehr gut. Und du wirst hier in die Nähe, damit der Mönch dich heilen kann. Und du wirst hier in die Nähe, damit der Mönch dich heilen kann. Und du wirst hier in die Nähe, damit der Mönch dich heilen kann. Genau, heil den. Dann würde ich sagen... Herr Stein am ehesten. Und du wirst hier in die Nähe. 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 Steppenreiter. Okay, das ist hier offenbar die Spezialeinheit. Kavallerie bekommt Panzerung, Bogenschützen. Oh, Türme bekommen Angriff, Stärke und Reichweite. Ja, auf jeden. Nein! Die wollen uns hier irgendwie, glaube ich, das Fressen wegstehlen vor der Nase. Bezirut. Die wollen uns hier in die Nähe. Was ist das? Gut. Sollte jetzt so aktuell mal... gut sein. Ich glaube, wir haben aktuell eine vernünftige Wirtschaft gebaut. Das hier sollte einigermaßen passen. Wir werden die Universität... Wir sind jetzt eh auf dem höchsten Zeitalter. Wir werden dann kurz, sobald... ...du hier das fertig gebaut hast, ...wirst du die Universität bauen. Die wirst du hier bauen. Dann können... Wo sollen die weiter Holz hacken? Das ist so ziemlich die beste Frage aktuell. Ich glaube, das ist der Ruckler, weil der fertig wird. Und weil der fasst. Der Schmiede, Kavallerie... Bogenschützen... Hier, nochmal. Das nehme ich mir auch. Okay, dann werden wir hier nochmal ein... ...Holzfällerlager... Kann ich eigentlich... ...ah, nein, aktuell nicht. So, ich werde hier jetzt ein Tor bauen. Tor bauen, und zwar hier. Und du... ...wirst hier den Steinwall fertig machen. Okay, die sterben jetzt davon eh ohne Probleme. Die sollten wir jetzt ohne Probleme... ...alles regeln. So, die bauen jetzt hier... Ja, hier drin ist schon ein Holzfällerlager. Sehr gut. Dann der Rest... Ah, Stein. Wo noch mehr Stein ist, ist gerade die Frage. Wir haben nicht mehr so wirklich die Möglichkeit, Stein abzubauen. Außer hier oben. Eventuell, ich schick mal einen hier hoch. Gut, dann... ...wenn sobald das hier mal fertig ist... Oh Gott. Sobald da hier mal alles fertig ist, wollte ich gerade sagen. Das Problem ist Stein, aber Stein... Nein! Stein können wir uns auch ertraden. Tor. Stein können wir uns ertraden. Das machen wir auch, indem wir hier einen Marktplatz bauen. Das macht der mal ganz kurz hier. Marktplatz bauen. Was machst du denn da? Genau, wo du hingehörst. Ich sage mal, du machst jetzt erst mal Gold. Beziehungsweise du kannst schon erst mal... ...hier ein bisschen abbauen. ...hier ein bisschen Stein abbauen. Gut. 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 Du machst hier weiterhin Nahrung, sage ich jetzt mal. Holz und du baust hier nochmal ein bisschen Stein ab. Das ist jetzt hier zwar ein bisschen beschissen für dich, aber... ...tja, that's life. So, hier kommt noch so ein Ding hin. Ja, und ich glaube... ...aktuell war es das für derweil. Ich würde sagen... ...jetzt ist es an der Zeit, Einheiten auszubilden. Und dann mit diesen Einheiten auch was entsprechend zu machen. Und das würde ich aber dann sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Wir können endlich Stein für... ...verkaufen sie Stein für Goldeinheiten. Ne, genau das will ich. Genau. Sehr gut. Jetzt sollten wir uns darum nämlich erst mal keine Sorge machen müssen. Hoffe ich einfach mal. Vor allen Dingen, wenn wir hier an der Universität... Wo war die nochmal? Hier. ...hebt die Mindestreichweite aller Türme, verstärkt alle Gebäuden. Ne, befestigt mal. Genau, sobald die beiden Upgrades durch sind, glaube ich, muss ich mich erst mal nicht darum kümmern, dass hier großartig irgendwas kaputt gehen kann. Hier ist aus irgendwelchen Gründen ein Mönch, der da chillt. Wie dem auch sei, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Wenn wir dann eventuell genug schon ausbilden, um zum Angriff zu blasen, ich würde sagen, das gibt's beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute!